Moin Moin! Wenn ihr ungefähr zwischen 1930 und Mitte der 90er Jahre zur Welt gekommen seid, dann seid ihr wahrscheinlich damit aufgewachsen, dass es neun Planeten im Sonnensystem gibt. Und es gibt diesen schönen Merkspruch, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Die Anfangsbuchstaben der Worte sind die Anfangsbuchstaben der Planetennamen. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Aber seit 2006 zählt Pluto nicht mehr als Planet. Es gibt nur noch acht und damit ist der Merkspruch kaputt, weil n kann nicht mehr für neun stehen und Planeten ist auch nicht mehr da. Macht nichts, den Merkspruch kann man einfach reparieren. Mamas Vorträge erklären mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Fertig. Vielen Leuten hat 2006 Pluto Leid getan, als die Internationale Astronomische Union ihm erklärt hat, dass er jetzt kein Planet mehr ist. Aber es ging dabei gar nicht um den armen Pluto selbst, sondern es ging um das große Ganze im Sonnensystem. Die Astronominnen und Astronomen haben auf eine bemerkenswerte Entdeckung reagiert, die 2005 gemacht wurde. Und zwar wurde weit draußen im Sonnensystem einen Körper gefunden, der fast doppelt so weit von der Sonne entfernt ist wie Pluto, aber sogar um ein Viertel schwerer als Pluto. Und dann kamen die ersten Stimmen auf, wenn es so weit draußen einen weiteren großen Körper im Sonnensystem gibt, müsste das dann nicht der zehnte Planet sein? Da haben sich viele Leute in der Astronomischen Forschergemeinschaft an den Kopf gepackt und haben gesagt, nicht schon wieder. Denn ihnen ist diese Geschichte irgendwie bekannt vorgekommen. Dafür müssen wir einen Schritt zurück in der Geschichte machen, um zu verstehen, was da passiert ist. Bis ins 18. Jahrhundert war die Sache ziemlich klar. Im Sonnensystem kannte man neben Sonne, Mond und Erde noch die weiteren Körper Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Ende der Durchsage. Aber in den Jahrzehnten um 1800 wurde es plötzlich unübersichtlich. Es wurden immer neue Körper gefunden. Zunächst Uranus, dann Ceres, Vesta, Pallas, Juno, Neptun. Und nach einigen Jahrzehnten waren plötzlich 30 Körper im Sonnensystem bekannt, die man alle irgendwie Planeten nennen wollte. Aber das wurde unübersichtlich. Und als noch mehr gefunden wurde, haben sich die Astronominnen und Astronomen um 1860 gedacht, Leute, das geht so nicht weiter. Wir müssen hier mal aufräumen. Und dann wurde tatsächlich aufgeräumt. Von allen Körpern, die neu entdeckt wurden, waren, durften nur Uranus und Neptun Planeten im Sonnensystem bleiben. Die übrigen wurden zu Asteroiden erklärt. Und etwas ähnliches ist auch mit Pluto passiert, als Anfang der 2000er Jahre ein neuer Körper im äußeren Sonnensystem entdeckt wurde. Pluto hatte sich um 1930 als neunter Planet noch dazu mogeln können, weil er zunächst viel größer aussah, als er eigentlich ist und man davon ausging, dass er weit draußen im Sonnensystem alleine war. Als aber nach den 90er Jahren klar geworden war, dass es noch kleine weitere Körper gibt, rumorte es schon ein bisschen. Und mit der Entdeckung von Eris, wie gesagt, schwerer als Pluto und fast doppelt so weit weg, wurde schließlich klar, wir können nicht wieder anfangen, einen zehnten, elften, zwölften, dreizehnten Planeten ins Sonnensystem aufzunehmen, sondern wir räumen erneut auf. Die neue Aufteilung sieht so aus. Wir haben wieder acht Planeten bis zum Neptun. Außerdem haben wir die neue Klasse der Zwergplaneten. Zu denen gehört Pluto, genau wie der neu gefundene Eris und der vor langer Zeit gefundene Körper Ceres im Asteroidengürtel. Und damit ist alles wieder schön übersichtlich. Deshalb lohnt sich jetzt ein Blick auf den Kuipergürtel, diese Region weit außen im Sonnensystem hinter dem Neptun, wo Pluto, Eris und viele andere Körper zu Hause sind. Wir wissen vom Kuipergürtel ausgesprochen wenig, vor allem im Vergleich zum nahegelegenen Asteroidengürtel. Dort im Asteroidengürtel kennen wir zigtausende Objekte, die wir auch schon aus der Nähe gesehen haben. Draußen im Kuipergürtel, obwohl er vermutlich viel mehr Objekte enthält und auch eine größere Masse auf sich vereint, kennen wir aber nur eine Handvoll Körper, weil wir sie mit sehr leistungsstarken Teleskopen von der Erde aussuchen müssen oder Raumsonden vorbeischicken, was wir bisher nur genau einmal mit der Mission New Horizons gemacht haben. Übrigens haben die äußeren Sonnensystemkörper neue Namen, die uns vielleicht ungewöhnlich erscheinen, wenn wir an die römischen und griechischen Gottheiten denken, nach denen die Körper im inneren Sonnensystem benannt sind. Neben Pluto und Eris finden wir dort zum Beispiel Haumea, Makemake, Quaua und Gong-Gong. Es geht also ein bisschen diverser zu. Aus der Nähe kennen wir im äußeren Sonnensystem vor allem Pluto und seinen großen Mond Charon. Denn dort ist die Raumsonde New Horizons vorbeigeflogen. Die beiden bestehen aus Eisen, also Stoffen, wie wir sie auch schon in den Eisriesen gefunden haben. Verbindungen leichter Atome wie Wasser, Stickstoff, Ammoniak, Methan und dergleichen, vermischt mit Siliziumverbindungen wie Gestein. So weit, so erwartbar. Aber man hat bei Pluto und Charon gesehen, dass ihre Oberflächen überraschend aktiv sind. Es ist keine alte, von Einschlägen gekennzeichnete Welt, auf der ansonsten nichts passiert, wie man sich vielleicht unseren Mond oder den Planeten Merkur vorstellt. Stattdessen ist auf Pluto und Charon richtig was los. Die Oberfläche ist in Bewegung, Gebirge schieben sich auf, Berge entstehen neu oder vergehen und vermutlich brechen sogar Vulkane aus, bei denen Eis aus dem Inneren des Planeten an die Oberfläche befördert wird. Woher kommt die ganze Energie für diese Vorgänge? Man hätte sie nicht erwartet und die beste Erklärung, die man sich heute überlegt hat, ist, dass radioaktive Stoffe im Inneren dieser Körper zerfallen und dadurch die Energie dafür liefern, dass der Körper aktiv ist. Solche radioaktive Zerfallswärme ist auch in den Gesteinsplaneten im Inneren Sonnensystem aktiv, aber man hätte sie so weit draußen wahrscheinlich nicht vermutet. Bis wir weitere Körper im Kuipergürtel aus der Nähe sehen können, werden wir noch eine ganze Weile warten müssen. Denn, ich sag mal so, würden wir morgen eine Rakete losschicken, die Eris besuchen soll. Und am gleichen Tag würde ein Kind geboren. Dann würde die Kleine eher Abitur machen, als dass die Rakete bei Eris ankommt. So groß sind die Distanzen, die es zu überwinden gilt. Wir kennen immerhin noch einen weiteren Körper aus der Nähe, weil New Horizons ihn aus der Nähe im Vorbeiflug fotografiert hat. Und das ist der quietsche-entchenförmige kleine Körper Arokoth. Der hat uns mit seiner Form überrascht, denn es sind wahrscheinlich zwei kleine Körper, die aneinander haften geblieben sind. Nun kennen wir im Kuipergürtel aus der Nähe also Pluto, Charon und Arokoth. Fehlen nur noch einige Millionen. Wer so weit draußen das Sagen hat, ist völlig klar. Im äußeren Sonnensystem gilt, Kuipergürtelobjekte wissen, wer der Neptun ist. Denn Neptun hat mit seiner großen Schwerkraft die Umlaufbahnen vieler Objekte im Kuipergürtel fest im Griff. Man kann sich ohnehin schwer erklären, wie dort draußen so viele Objekte entstanden sein könnten, in der dünnen protoplanetaren Scheibe. Und aus den anderen Videos wissen wir schon, wie eine mögliche Erklärung dafür aussehen könnte. Nämlich, dass die Planeten in der Frühzeit des Sonnensystems gewandert sind. Und hier könnte dem Kuipergürtel etwas Ähnliches passiert sein, wie dem Asteroidengürtel. Nämlich, dass Neptun hindurchgewalzt ist und wie ein Baseballspieler die Objekte durch das Sonnensystem verteilt hat. Manche davon sind dadurch außergewöhnlich weit rausgekommen, sodass es schwer ist, sich vorzustellen, was für weite Umlaufbahnen die eigentlich haben. Einer der bekanntesten und für mich nettesten dieser Körper heißt Sedna. Sedna ist am weitesten Punkt seiner Umlaufbahn fast 900 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und selbst am sonnennächsten Punkt seiner viele tausend Jahre andauernden Umlaufbahn ist Sedna noch doppelt so weit von der Sonne entfernt wie Neptun. Manche wünschen sich ja eine gewisse Einsamkeit in ihrem Leben und träumen davon, auf einer einsamen Insel zu sitzen oder in einer Hütte im Wald. Wie wäre es denn mit einem Trip nach Sedna? Da hätte man definitiv für immer seine Ruhe. Planetarium Bochum